Die 4 genommen, kommt die 4 nicht mehr, kommt die 6. Welches ist die 6? Kommt bestimmt die 4 wieder. Mittwoch, der 28. Oktober 2020. Es ist 18.25 Uhr. Zeit für die Ziehung der Lottozahlen. Heute im Studio Chris Fleischhauer. Willkommen zu Lotto-Ambitwoch. Schön, dass Sie mit dabei sind. Auch heute geht es bei uns wieder um die Chance auf Millionen. Und am Samstag, da haben sich ja schon wieder mal zwei Spiele in diese Riege der Millionäre eingereiht. Und mal sehen, wer heute vielleicht beim Ankreuzchen ein besonders glückliches Händchen hatte. Kugeln und Ziehungsgeräte, die sind bereit und wie immer im Vorfeld ordnungsgemäß überprüft. Ihnen allen an dieser Stelle jetzt. Viel Glück! Ja, zwei Spiele, wie gesagt. Die hatten am Samstag die 6. Richtungen vorhergesagt. Einer aus Baden-Württemberg und einer aus Nordrhein-Westfalen. Beide sind jetzt neue Millionäre und jeder bekommt nun rund 2,19 Euro. Glückwunsch! Das ist jetzt heute mit der 7. Gleich zweimal 6,19 Euro, wie gesagt. Aber jetzt zweimal ohne. Das ist eine super Zahl. Somit ist unser Jackpot heute um 2 Millionen Euro angewachsen. Das war, wie Sie haben es ja schon gesehen, rund 13 Millionen Euro. Weiter geht es mit der 43. Und im Spiel 77, da warten mehr als 4 Millionen Euro zum sechsten Mal im Vorfeld. Er hatte da im Saisnach kein Spiel mehr die komplette siebenstelligen Gewinnser auf dem Schein. Vielleicht klappt es ja heute. Wir sind gespannt. Mit der 12 geht es weiter. Einen kleinen Geld wegen der Höhe von 100.000 Euro. Den begann es bei der Thomas-Lotter-Württemberg für gleich 5 Spieler am Samstag. Und das war lediglich 1,25 Euro. Ein Satz. Die Körner sagen, alles richtig gemacht. Weiter geht es mit der 23. Die glücklichen Gewinner, die kommen aus Mecklenburg-Vorkommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und gleich 2 Mann aus Schleswig-Holstein. Allen unserer Stelle natürlich herzlichen Glückwunsch. Und vielleicht gehören sie noch dazu. Die vorletzte ist die 36. So, und dabei steht schon mal der 5. Jetzt muss ich sagen, wir sind noch ein guter Fest. Okay, also noch ein 1. Dann entscheidet sich schon mal. Ein kleiner Geld, der am Tag nimmt. Und dann vielleicht die gleiche, dass wir wissen müssen. Die letzte für heute ist die 2. Das sind sie, die 6 Glückskugeln. Die, die im besten Falle natürlich mit ihren Kreuzchen zusammenpassen sollten. Wenn das so ist, dann geht es für sie jetzt um unseren Jackpot. Hier ist die Ziehung der Superzahl. Ihnen allen nochmal ein Zwiegeln. 13 Millionen Euro in der obersten Gewinnklasse. Oder vielleicht haben sie ja auch bei den Schuhg-77, das Kreuzchen-Gesetz. Ich habe es gerade eben gesagt, dann gibt es dann mal eine Chance auf mehr als jünger. In den Zahlen gibt es gleich. Jetzt erst mal die Superzahl heute. Das ist die 4. So, jetzt gucken wir uns natürlich nochmals alle Gewinnzahlen in unserer Übersicht an. Die Lottozahlen vom heutigen Mittwoch in richtiger Reihenfolge. 2, 7, 12, 23, 36, 43 und die Superzahl 4. Jetzt geht es weiter mit den Gewinnzahlen der Zusatzlotte, die wir bereits im Vorfeld zur Leipzigung ermittelt. Hier ist sie die Gewinnzahl im Spiel 77. Da gewinnt 7, 3, 5, 2, 5, 4, 3 und noch die Gewinnzahl der Lottozahlen bei Super 6. Da gewinnt heute 2, 1, 1, nee, ich fang nochmal an. 2, 6, 1, 5, 1, 6. Ja, auch vorlesen sollte die ganze Zeit. So, nachlesen können Sie alle Gewinnzahlen nochmals ganz in Ruhe bei uns im Internet auf lotto.de und die nächste Chance, die wartet am kommenden Samstag, dann wieder um 19.25 Uhr. Ihnen einigen Sie noch einen schönen Mittwochabend und eine stressfreie Restwoche. Tschüss, macht es gut. Die Leichtziehung der Lottozahlen, nur auf lotto.de